Mündliche Prüfung Sprechenteil 2 – Mit Kolleginnen und Kollegen sprechen Telg B2 Beruf Sprechenteil 2 Besteht hauptsächlich aus der Diskussion eines alltäglichen Themas mit Kollegen, was gewöhnliche Aktivitäten beinhaltet. Es gibt keine Vorbereitungszeit. Beispiel Hast du schon Pläne für den Urlaub? An welchen Tagen im August planst du, deinen Urlaub zu nehmen? Hast du schon Pläne für den Urlaub? In welchen Tagen im August planst du deinen Urlaub? Nein, ich habe noch nichts geplant. Es ist eine verwirrende Situation für mich, weil viele unserer Kollegen im August Urlaub beantragen. Alle wollen den schönen Sommer genießen. Warum ist das für dich so schwierig? Der Kindergarten ist im August drei Wochen wegen der Sommerferien geschlossen, und mein Mann arbeitet tagsüber. Ja, das kann ich verstehen. Wann kann dein Mann Urlaub nehmen? Vielleicht nur eine Woche, weil er schon während der Frühlingsferien wegen unserer Projektfrist Urlaub genommen hat. Auf jeden Fall brauche ich Mitte August zwei Wochen Urlaub, weil mein Mann nicht im Homeoffice arbeiten kann. Ich muss mich um die Kinder kümmern, und wir wollen auch mit ihnen in den Urlaub fahren. Es gibt immer Probleme mit dem Urlaub, weil viele unserer Mitarbeiter im August frei haben wollen, da ihre Kinder Sommerferien haben. Hast du schon deinen Urlaub geplant? Ja, ich nehme Anfang August Urlaub. Mein Mann ist auch flexibel. Er kann besser Anfang August zwei Wochen Urlaub nehmen, weil es Ende August in seiner Firma wieder mehr zu tun gibt. Prima. Ich habe einen Vorschlag. Vielleicht könntest du mit unseren Kollegen sprechen. Viele sind flexibel mit den Urlaubszeiten, und einige haben keine Kinder. Sie könnten sicher zustimmen, ihren Urlaub entweder auf den Beginn oder das Ende des August zu verschieben, anstatt alle in der Mitte des Monats Urlaub zu nehmen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich brauche eine Woche extra Urlaub, damit wir mit den Kindern in den Urlaub fahren können. Und ich bin sicher, dass Familien mit Kindern Vorrang bekommen sollten. Vielleicht können wir gemeinsam eine Lösung finden, die für alle funktioniert. Ja, das klingt gut. 身 Pourquoi CO5-DISOBund Ja, das klingt gut. Na, damit ich chicosquby was für einen workout zuフadi,